also herzlich willkommen zu meinem neuen video ich wünsche euch nachträglich noch ein gutes neues glückliches jahr ich möchte euch meine neueste uhr vorstellen die ich heute neu gekauft habe von einem flohmär in rorschach immer am gleichen ort und so sieht sie aus und sie läuft bis jetzt problemlos und sehr genau und jetzt möchte ich euch den vorschlag mal vorstellen ja so schlägt sie um halb und so sieht sie eben aus vermutlich 1950 bis 1970 jahre keine ahnung wird wahrscheinlich 50 60er jahresstil sein vermutlich so sieht sie eben aus gehen ein bisschen weiter weg dass man sie ein bisschen anschauen kann so sieht sie eben im ganzen aus und sie ist noch gut im schuss dann wünsche ich euch noch einen schönen abend euer willisauer glockenfreund und ein schönes wochenende bis bald tschüss